hallo herzlich willkommen hier auf dem arsch noch drei vier bäume und dann auch ein bisschen sehen wer zieht noch die eigenen felder behandeln mit dabei hast du hinterher hallo du machst ja missionen für silage für die bgh ist richtig dann ist gut geld fürs konto und mein konto wird die nummer haben wir brauchen die zahl zu beweisen weißt du doch ja ist schön beim paten zehn prozent geht auf mein konto oder so ähnlich mafia weisheit die teilen ehrlich alles für mich ja wenn das so einfach wäre ist aber nicht so ich hab ein bisschen fernsehen nebenbei geschaut vorhin gerade in der pause bin wieder deprimiert naja egal lieber fernsehen ausmachen ist besser so ein bisschen holz noch und dann noch mit dem kopf bekämpfen ja wir wünschen mal einen schönen sonntag ne genau und die da wochenende wieder leide ist das so hat man erfunden hat nur zwei tage frei müsste andersrum sein ja dann wirst du auch nicht zufrieden ich arbeite um die feiertage erst mal frei aber ich kann nicht trösten wo ich gelernt habe da haben die kollegen noch erzählt sie hat noch mal samstag gearbeitet das ist das normale arbeitstag da hatten sie höchstfalle sonntag als frei gehabt sonntag samstag glaube ich einen halben tag das war äußerst unschön aber gut das ist halt so ne der holz auch fast fertig und dann schaue ich mal nachher nach und koppelkämpfung ich kann es gleich tun der wird fertig sein genau dann jetzt rüber zum Feldnummer keine ahnung 36 oder so 35 unsere nächsten beiden maisfelder da können wir eine schöne Party machen ne Maisparty yay nicht yay ich freu mich ja aber wir machen das so wie es regulär ist wir machen irgendwann die Aufsaat dann machen wir andere Arbeiten und dann gibt man auch mal andere Sachen gemacht werden und irgendwann ist es soweit dann muss die BGH wieder voll gefahren werden die ist ja schon fast leer dann gehts ja weiter und nächstes Jahr mal mal schauen wo man dann Mais anbauen kann ne ich bin ja recht zu richtig versprommene Felder hier wieder so eine Art Modfrucht kannst du das nicht sehen ne ich muss morgen reinschauen erst das ist zwölf rechts das hat Maisfeld ha 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 da wird eine richtig viel werden da wird eine nur rechts links was anderes nicht los das macht nichts hier wird überholt hier wird gerempelt ha 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 Überholverbot Der Chef darf nicht mehr holen, er ist faul nicht anfahren, jetzt bin ich in den Graben gefahren. Ich habe versucht die anderen Pilze zu machen, Steinpilze dazu, die eingefroren waren, aber die kann ich weghauen, das schmeckt nicht. Nach Nix, also mal probiert, tiefgefroren in die Kauf, nö, ist nichts. Wir brauchen noch Steinsammler. Zwei, drei Stück, um Verband arbeiten zu können, geht besser. Wollte ich gucken, wie eine Arbeitsbreite ich jetzt spritze. Könnte ich das nicht. Gibt es doch gar nicht, wo es dahin geht. Wenn man die Reihe lang geht, machen wir das ganz blöd, wenn man davor steht, sieht man das nicht. Und weiter schon. Ach, hier spritzen. Wir haben 33 Meter. Das ist mir verkehrt. Dann können wir hier ein bisschen richtig einstellen. Dann ist er früher fertig. Er überlappte die ersten beiden Runden sowieso. Jo, sieben Prozent, das ist schon okay. Und Action. Ich hätte ein bisschen einsparen können, egal. So. Den Nachschub. Bei dir ist Stau vom Hof. Das ist nicht mein Problem. Man ist auch nicht. Muss da nicht hin. Spritze, Mähwerk. Bei einer Rennkiste. Wo kommt eigentlich das Geld jetzt hier? Haben wir gewonnen? Rotto? Mission. Mission? Mäh. Achso, bin ich schon fertig. Ich kann sogar noch ein bisschen mehr machen. Oh. Oh. Das ist viel. Ja. Viel Moos. 10 Prozent auf mein Konto bitte, ja? Würden wir. Du darfst auch einmal träumen. Wenn man die Coaseway-Fahrer-Kosten oder die Outline-Fahrer-Kosten auch lohnen, ne? Und wenn die nur warten. Ja. 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 Dann haben wir ja für die Küche, wenn sie ein bisschen überbleibt. Ja. 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 Ich will aber so schatten hier. Das ist das Windrad. Ja, mein Solarzeller ist ja unterwegs, also bestellt das schonmal, wenn das einigermaßen funktioniert, muss ich noch zwei dazu kaufen. Dann kann ich zumindest den Tagsüber gratis spielen, hat ja genug Strom alleine erzeugt. Das schöne ist, dann zahlt es doch keinen Abgaben, weil es ja eher das am teuersten ist. Ja. 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 wir können beide Wettbewerb machen ich kann nur einen geben, ein Sieger, das bin ich nur fragen, ob wir die Zeit dafür haben nur als Livestream am Freitagabend für acht Stunden dann nochmal dreht durch so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So viel schönes Holz! So viel schönes Holz! So viel schönes Holz! So viel schönes Holz! wir hätten die anderen bäume auch mit der kettensäge filmen können die erste waren dir fast schon gewesen hatte verlassen das soll es auch schon vor dir gewesen sein morgen geht es hier weiter hier tschüss